Hallo meine lieben Freunde des guten Gables, ich bin's, euer DGZ aka Durchgezockt und wunderbar, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ja, und das ist nur ein sehr kurzes, ein Quickie-Impfung-Video und zwar heute Abend starte ich wieder den Livestream ab circa 20 Uhr hier auf YouTube und auf Twitch, wenn alles klappt. Also schaut erstmal bei YouTube vorbei und wenn alles klappt, bin ich auch auf Twitch. Also wir sind hier auf der Center Map mit der Extinction Mod, quasi eine Ahnung, Naki Mod und ich hoffe, das klappt hier alles richtig heute Abend und würde mich freuen, wenn ihr mit mir zusammen hier weiter die Mod ausprobieren würdet. Mit dabei sind auf jeden Fall der El-Mariachi, der Fuzzi, der Bernd, der Schorsch, der Orsch und mal gucken, wer noch zu uns stößt und wir werden ein wundervolles Abenteuer begegnen. Und bis dahin kann ich nur sagen, warte mal, wo bin ich, da bin ich und bis dahin kann ich nur sagen, ich bin auf Dein DGZ aka Durchgezockt und schalte heute Abend. Mit 21 Uhr geht's los. Ich hoffe, mit 20 Uhr geht's los, ja. Bis dahin, alles Gute, Dein DGZ. So, ne, schalte mal wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran, klick auf Abonnieren, du geile, geile Socken. Socken für geile Socken. Socken für geile Socken. Und da, alles Gute. Socken für geile Socken. Socken für geile Socken.